Musik Wir sind jetzt gerade hier bei Burking angekommen und da drüben gammeln auf jeden Fall die Junkies rum so und wir gehen die mal kurz fragen, was die so zur EM sagen, deswegen kommen wir mit Burger King gehen wir gleich auch noch nach Burkson, wie man hier bei uns sagt, Burkson Die sind auf jeden Fall bei Dennis Diggins, drei, vier Bieren, nochmal Die haben auf jeden Fall, die stehen auch schon, sind da schon hier, die sind auf jeden Fall richtig breit Zu der Heat, ja, zu der Heat, ja Hier mal eine Umfrage für die EM, einmal eine Prognose vielleicht abgeben, wer wird Weltmeister Einmal die Deutschlandspiele tippen Europameister Habe ich Weltmeister gesagt, Entschuldigung, Europameister Deutschland natürlich Richtig, da wollt ihr hören Einer war dagegen, Deutschland? Ne, Deutschland, ne? Ich habe von Fußball nicht viel Ahnung Da hinten? Ich habe keine Ahnung davon Ne Deutschland auch? Holger Holger Ein Lübschen, ein Lübschen, ein Deutschland Lübschen Ein Deutschland Lübschen Ein Deutschland Lübschen Was könnt ihr? Einigkeit Oh Einmal die Nationale Ein Türke singt sogar mit, komm Ich sing mit Ein Ich sing mit Ich sing mit Ich sing mit Ich sing mit Da sind wir mal eben rausgeflogen Zicke zacke Hühnerkacke Hoi 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 Dankeschön Ja Aus Discos bin ich schon paar Mal geflogen, aber heute zum ersten Mal aus dem Burger King Und äh Gehen Sie mit der Kamera bitte vom Geländen Ich schwimm dich nicht Nein, ich geh nicht runter entspann dich jetzt Sag mal mit 3,90 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